Am 22.08.2023 gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einer Körperverletzung am Konrad-Adenauer-Platz in Linie 66 alarmiert. Bei Eintreffen war der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.